So und damit zurück bei Anno2205. Wir haben ja letzte Folge geschafft uns zu retten noch mit den ganzen Geldproblemen und Ressourcenproblemen. Das haben wir jetzt geschafft. Wir sollen hier einen Fusionsreaktor bauen, der mich einfach mal viel zu viel kostet. Und das werde ich auch noch nicht tun. Erstellen Sie einen Transferrunde für Deuterium nach Novikovgrat. Warte, erstellen Sie einen Transferrunde für Deuterium nach... Ah, lasst mich raten. Hier, unser Prinz Charming hat das Zeug, was ich brauche. Ne, der hat das Zeug nicht. Wer hat der denn dann? Wie soll ich denn eine Transferrunde erstellen für das Zeug, wenn ich das Zeug nicht mal irgendwo habe? Oh, Abstimmungsbelohnung. Ich werde dir mal einziehen gehen, weil du verstehst, was ich meine. Elektronik und Biotech, Energie, Chemie, Landwirtschaft und Lebensmittel. Uh, das ist schwer. Das ist immer schwer. Was nehmen wir denn? Rohstoffe wahrscheinlich wieder, ne? Landwirtschaft. Okay, Lebensmittel ist natürlich... Ich möchte mich für Ihre Unterstützung bedanken. Sowohl persönlich wie... Ja, ist okay. So, hier haben wir unsere Schiffe, die wir upgraden könnten für 130 oder 140. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Ja? Möchten Sie etwas fragen? Ja, die hat nur Tipps und Tricks. Und ich soll eine Route nach Novikovgrat. Ja, witzig. Ach, oder lass mich raten. Haha, passt auf, passt auf. Es wäre ein lustiger Witz, wenn wir daher das bekommen würden. Denn von hier bekommen wir es nicht, dass wir das Material, das wir benötigen. Schauen wir mal, ob wir hier... Hier müssten wir ja auch neue Gebäude bekommen haben. Das heißt... Oh ja, das sieht hier ja immer noch sehr wild aus. Rein theoretisch müssten die das Zeug haben. Pass mal auf. Ja. Genau. Die haben das. Und dafür brauch ich Wissenschaftler mehr. Also, rein theoretisch... Also, entweder ich habe mir eine richtig beschissene Stelle hier ausgesucht. Ach, das sind die Ölspuren. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Oh. Die Ölspuren hätten wir ja auch mal suchen können in der Zeit. Wollen wir denn hier was da... Wie viele Ölspuren habe ich? Fünf. Na, hier scheint alles in Ordnung zu sein. Bitte fahren Sie mit dem Rückbau der Bohrinsel fort. Ha, ha, ha. Das Glück, das ist eine sehr anfällige Technik. Sie dürften gar nicht hier sein. Also, wie gesagt, wir brauchen mehr Leute. Das heißt, wir werden einfach erst mal hier... Oh, ich hasse es. Also, die Arktis auf der Arktis was zu bauen, ne? Das ist irgendwie voll scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. Fisch brauchen wir wieder. Das ist immer praktisch, denn dadurch kriegen wir auch unsere Wärmequellen. Auch wenn die nur sehr, sehr klein sind. Jo, da habe ich wieder mal super scheiße geplatziert. Wenn sie hier sind, wer kümmert sich dann um das Problem? Ja, das ist auch eine gute Frage. Hier können wir da die Leute ein bisschen hochstufen. Ein Bild? Fang damit an. Kriegst du schon hin. So. Neue Gebäudearten verfügbar. Das ist okay soweit. Neue Baupläne. Ja, haben wir aber noch nicht. Die steigern jetzt. Also hier, also auf der Arktis zu bauen, da habe ich ja so wenig Lust, ne? Das ist unglaublich, weil das ist hier irgendwie richtig komisch gemacht. Mit dem Ganzen. Aber ist nicht so tragisch. Wir brauchen trotzdem, ja, wir müssen die hier weiter abgehen. Also das wird jetzt eine größere Aufgabe. Ich weiß nicht, ob das schon unsere letzte Aufgabe sein wird. Und wir dann einfach nur noch frei wirtschaften. Denn das sieht mir schon nach so der Endaufgabe aus. 24, der Fusionsreaktor. Vielleicht kommt dann noch 25. Aber ich meine, der kostet 800.000. Da müsste ich jetzt warten, bis ich 800.000 an jetzt sammelt habe privat. Das werde ich natürlich nicht aufnehmen. Aber ich denke mal, wir werden jetzt hier erstmal weiter ausbauen und ausbauen und aufbauen alles und so weiter. Und mal schauen, was wir hier machen noch. Und dann werden wir uns höchstwahrscheinlich, wenn es wirklich nichts mehr erstmal zu tun gibt, nur dass ich noch warte, dass ich den hier bauen soll. Ja, dann werde ich dann das vorspulen alles und auf die 800.000 kurz warten. Wir werden mal auf den Mond zurückgehen und noch weiter Menschen jetzt mal ansiedeln. Meine Leute können jeden Credit und jede Kiste mit Waren gebrauchen. Ja, aber... Kommen Sie zu meinem Camp, weil Sie etwas entbehren können. Nein. Du kriegst gar nichts. So, und... Mal sehen. Wir können zwei oder drei Sachen davon schaffen noch. Dann müssen wir zur Arctis einmal die Sachen upgraden, die Leute. Ja, 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 ja. Ist alles schon sehr, sehr kritisch hier. So, mal sehen. Wovon haben wir denn Minus? Von dem Stein. Machen wir denn hier den Steinbauer. So, nee, das ist die Titanfabrik. Eisfabrik. Solarfabrik. Ah, Steinbauer. Steinbauer. Na, Steinbauer läuft wieder. So. Davon haben wir... Siehst du hier, so muss das laufen. So muss es laufen. So läuft es richtig. Wir werden erstmal ein paar Leute wieder hier... Kundenanalysen zeigen. Unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, das ist mir jetzt nicht egal. Wo auch immer du... Wovon du grad redest. Äh, warum hab ich den denn jetzt schief gebaut? Ähm... Ja, ich mach's mal. Äh, manchmal ist es ja auch noch eine kleine Überlegung. Manchmal muss ich auch kurz nachdenken, wie ich was baue, Leute. Daher mal... ...immer ganz entspannt bleiben. So. Das ist soweit okay. Jetzt können wir die erstmal wieder aufstufen. Der Weg zum Erfolg... Äh, der Weg zum Erfolg... ...ist geil. So. Jetzt können wir hier nochmal kurz... ...voll machen, die Leute. So, ja. Und dann können wir hier nochmal hochstufen. So. Da ist der Reaktor. Ähm, mal sehen. Jetzt musst du ja langsam wieder... Aha, Minus. So, Sauerstoff. Wo war das nochmal? Da mit dem Eis, das Ding, ne? Ja, da haben wir ja diesmal genug von. Sehr schön. So. So sieht das gut aus. Das sieht alles herrlich aus, soweit. Bis jetzt haben wir hier auf dem Mond. Ich schwöre es euch. Auf dem Mond läuft es genauso gut, wie auf der Erde. Und, äh, das ist manchmal echt nur die Arktis. Die, die kloppt bei mir da zusammen wie so ein Fischbrett. So, mal sehen. Was brauchten wir hier nochmal? Eine noch. Juck, danke. Und dann brauchten wir... ...fusionszer... Ach, da brauchten wir Fusionszer... Ach ja, klar, Fusionszer... Ach ja, Energiemangel. Ach ja, Energiemangel. Warte mal, wo haben wir denn unsere Energie herbekommen? Scheiße. Der bringt uns ja schon die Energie. Mal sehen, wartet mal. Können wir da was dran drehen mit? Sieht nicht so aus. Gut, dann müssen wir leider in den sauren Apfel beißen und uns... ...hier so einen kleinen Schildgenerator bauen. Na, wartet kurz. Energie, da. Naja, das ist kein Problem. Sehr schön. So, jetzt haben wir das geschafft wieder. Wir brauchten hiervon, ne? Ja, und die brauchten ja das... Boah, das ist so eine... Ach, das ist so eine Zwickmühle. ...ne abgefuckte Zwickmühle. Aber das macht nix. Wir können in der Zeit ja das schon mal anbauen. Boah, die Straßen des Todes, ey. So, hier hin. Waren wir klar. Waren wir so klar, dass das nur so funktioniert. Äh, da werden wir... Ach, du Scheiße. Helium-3. Der Treibstoff der Zukunft. Ja, dass das nicht funktioniert, war mir so klar. Bislang ist dieses Potenzial noch nicht angezapft worden. Da werden wir dich mal da weg. Aber das wird sich ändern. Oh, klappt alles. Sehr schön. Der sucht jetzt hier schon mal die... Ey, das sieht so geil aus, ne? Ich sag's immer wieder, es sieht so geil aus. Es sieht mega geil aus. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. So. Achso, werden sie ein Gebäude... Ja, wir können ein Gebäude wieder wählen und das ausrüsten. Wir können das mal bei dir, ne? Alles installiert. Probier's aus. Und davon noch eins. Ja, 20. Und produziert der wenigstens in dieser Zeit schon mal etwas. Ähm, ja, den Rest müssen wir jetzt auf der Arc... Das mussten wir quasi aufholen dann den Rest, damit das überhaupt funktioniert. Und das gefällt mir so gar nicht. Das ist das Problem. Mal sehen, was hatten wir denn hier nochmal für eine Aufgabe? Äh, was war das für eine Aufgabe? Flüchtlingsgruppen. Ja, lasst uns mal versuchen. Wir können doch mit unserem... Ding. Sind unterwegs. Wir fahren mal kurz da hin und schauen mal, was da ist. Ähm, ansonsten... Ja, können wir hier... Kommen wir hier erstmal gar nicht mehr so weit... Ähm, weiter. Denn wir brauchen unbedingt diese... Oh, nee. Das Ding müssen wir gar nicht da hinfahren. Bleib mal hier, Kumpel. Wir werden diese Flüchtlingsgruppen mal kurz suchen und finden. Achso, da bin ich ja schon absetzt. Wo die sich überall verstecken. Am besten noch neben uns, ey. Das wäre echt der... Der Witz. Sechs. Sieben. Das werden wir nicht vergessen. Die Orbital Watch zieht die Schlinge um uns zu. Kann ich Ihnen das anvertrauen? Ja, was auch immer. Sie sind unsere... Ähm... Sie sind unsere einzige Hoffnung. Und das wissen Sie. Halten Sie einen Produktionsüberschuss von Logistik in Nürnberger... In Überschuss? Äh, ja, was ist denn ein Überschuss? Mal sehen. Dann wird das das sein, dass das mit den Männchen lieber zu tun hat. Mit den Leuten. Nee. Hm. Tja. Keine Ahnung, was das genau heißen wird. Aber es ist mir auch recht... Äh, was ist das denn? Zuckerverfahren? Nur die tägliche Routine. Damit werde ich sie... Was ist denn das erste Ding? Was ist denn da? Dann bauen wir das zweite Mal hier. Oder? Nee. Dann haben die Nächsten auch noch was davon. Ähm... Ich weiß noch nicht, ob wir die hoch machen müssten. Aber wir machen es einfach mal. Kann ja nicht schaden. Äh, auf jeden Fall... Haben wir aber schon wieder viel Geld verloren, dadurch, dass wir die ja bauen müssen immer. Und ich das jedes Mal irgendwie verpenne. Auf jeden Fall... Haben wir das jetzt schon geschafft. Das müssen wir erst schaffen. Klar, das müssen wir verbessern. Aber das schaffen wir ja nur... Wo ist mein Ding da? Warnung! Wenn wir... Energieknappheit! Ja, diese Fusionskerne haben. Und die Fusionskerne bekommen wir... Also wir können das nur machen, wenn wir die haben. Die können wir nur machen, wenn wir die haben. Und da... Die müssen wir auf der Arctus ansammeln. Junge, 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 Junge. So, mal sehen, wo haben wir denn hier unser Energiekraftwerk? Nicht versagen. So, das heißt, wir sind hier auch erst einmal fertig zusammen. Und müssen jetzt... Jetzt, jetzt, jetzt wird es leider traurig. Aber wir müssen zur Arctus. Denn die machen den ganzen Spaß. Äh, wir könnten höchstens nochmal zwischendurch so einen Schiffskampf machen, wenn wir wollen. Vielleicht kriegen wir ja auch was da noch. Ja, da kriegen wir nur davon was, aber davon haben wir ja schon was. Wir setzen normalerweise keine Gewalt ein. Aber diesmal fordere ich Sie ausdrücklich dazu auf. Äh, das gefällt mir noch nicht, ne? Achso, man hat die abgebrochen und dann das Pech gehabt. Okay, alles klar, jetzt wissen wir das auch schon mal zusammen. Und, ähm, ja, der liefert immer noch hier die Augen. Oder was auch immer der liefern soll. Ähm, wir werden mal schauen. Wir werden jetzt mal zur Arctus gehen und werden dort... weitermachen. Einem Unternehmen sollten nie die Aufträge ausgehen. Das gefällt mir persönlich nicht, denn die Arctus ist nicht so meintrig. Der Mond ist geil, die Erde macht jetzt mittlerweile richtig Bock. Aber... Ihre Entscheidungen sind gut. Und Ihre Ergebnisse sind sogar noch besser. Sehr schön. Das freut mich. Was führt Sie hierher? Das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Mein Freund, ich habe genau den richtigen Job für Sie. Ja, das sind Objekte wieder nur sammeln. Ja, die können wir mal später machen. Das ist alles halb so wild, nur. Aber wir können weiter... Raumhafen-Upgrade. Sehr schön, wir können upgraden jetzt dadurch. Das gefällt mir. Und das gibt nämlich... Das hat hier auch vier Stufen. Der Mond hat drei, der hat vier, die Erde hat vier. Und... Ja, ich bin mal gespannt, was hier jetzt bei rauskommen wird, wenn wir das gleich upgraden. Ob hier auch irgendwie so ein Abschussrampe für zum Mond herkommt. Aber ich denke ja nicht, oder? Aber ich kann es euch nicht sagen. Wir werden es gleich sehen. Jetzt als nächstes werden wir... Ich finde das scheiße, dass man diese Energiequellen braucht. Warum kann man hier nicht sagen, hier ist so ein Heizstrahler, den platzierst du da und der wärmt halt die scheiß Umgebung. Ähm, die finde ich echt kacke. So, wo ist unser Schiff eigentlich? Bestätigt. Da. Der sollte wo die Mission machen? Da, geh den mal abholen. In der Zeit gucken wir mal nach unserem... Raumhafen-Bereit zur Weiterentwicklung. Ah, sieht mal, was er da noch aus, Kollege. Raumhafen-Bereit zur Weiterentwicklung. Tja, jetzt kommen wir hiermit auch zum Mond oder sowas in der Art. Ähm, mein Schiffchen hat es angekoppelt. Sind unterwegs. Zur Bohrinsel. Dann bringen wir den zur Bohrinsel in der Zeit. Das sind ja so kleine Nebenaufgaben. Das ist ja ganz okay. Ähm, wir werden jetzt hier mal weiterbauen. Was brauchen wir denn hier, damit die Glücklich sind? Die sind vollkommen zufriedener. Das freut mich ja irgendwie ungemein. Wir müssen jetzt hier... Warte, was brauchen wir dafür? 1500 von denen, ne? Einen Küstenplatz. Ähm, wenn das kein Problem sein sollte... Ach, das ist ja gar kein Problem. Wartet mal, wir müssen einfach nur Häuser bauen. Wie die Bekloppten. Ähm, okay. Wir werden wie wieder eine Fischdose hier benutzen. Ähm. Und werden die mal... ...hier platzieren. Genau. Und dann werden wir Häuser wieder platzieren. Dann werden wir wieder ganz normal... So, dann werden wir die hier wieder aufstufen. Draußen ist es kalt, oder? Warnung. Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. Das ist das Korallenriff. Ein Bergbauplatz. Den haben wir natürlich. Und den werden wir auch direkt nutzen für die... So. Sehr schön. Haben wir Energie genug. Alle sind wieder zufrieden. Ja, sehr schön. Ach, Gemeinschaft ist hier... So, bitteschön für die Gemeinschaft. Jetzt haben wir das ja hoffentlich abgegeben. Jetzt haben wir ein Schiff, ne? Wo ist das zweite? Da ankoppeln gehen. So kriegen wir dann auch schon mal ein paar kleine... ...kleinere Sachen. Und das finde ich auch gut. Denn die können wir hier wahrscheinlich sehr gut gebrauchen. Hier kommt unser Schiff gerade an. Und das fährt natürlich wie immer durch die Sachen durch. Das hat Anno noch nie geschafft, dass es das nicht tut. Ja, genau. Einfach mal durch. Aber das ist jetzt... Aber das ist jetzt... so gemacht wird. So. Und wieder eine Straße. Das macht mir nichts ab. Das macht mir nichts ab. So. So. Und dann können wir die wieder aufrüsten. Sieh hierher. Das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Mein Freund, ich habe genau den richtigen Job für Sie. Okay. Mit der Drohne. Jetzt müssen wir die Drohne hier ankoppeln. Und da müssen wir einen Teil suchen. Das machen wir auch noch. Mal sehen, wie viele... Was haben wir jetzt bekommen? Wir haben jetzt dieses Teil hier bekommen. Okay, Methaneis. Äh, wir haben aber... Doch, wir haben noch einen Platz frei. Oh, das sieht ja cool aus. Lol. Ach so. Der hat jetzt hier das ganze Wasser weggedrückt. Quasi dadurch. Und mit dem Bohrer an dieses Eis, das unten auf dem Meeresgrund liegt, zu bekommen. Oh, das ist eine... Manchmal, ne? Ich schwöre es euch. Manchmal haben die so geile Ideen. Mal sehen, wie sieht das dann aus. Ah, hier kommen einfach nur noch ein paar Bohrer hinzu. Cool. Fällt mir sehr gut. So, was haben wir denn jetzt? Wie viele Leute? Genau, jetzt haben wir das. Haben wir eingesammelt. Fangen Sie der Drohne jetzt wieder? Bestätigt. Oh ja, das Spiel kennen wir ja schon. Koordinaten bestätigt. Sind unterwegs. Komm ich ja fast an meinem Ding vorbei. Müssten wir aber jetzt in der Nähe sein. Verstanden. Im Gange. Da ist es. Bestätigt. Da ist es. Der Planet wird sich bei Ihnen dafür bedanken. Kein Problem, was auch immer. So, jetzt haben wir hier erstmal genug kleine Aufgaben gemacht. Ähm, wir brauchen... Aha, wir brauchen Transporter. So, wir brauchen aber auch wieder weiter... Menschen. Zack, Fischfabrik ist natürlich klar. Wir müssen aber so schnell wie möglich auf diese Menschen kommen. Das ist leider so. Willkommen. Und jetzt haben wir wieder... wenig Fisch. Genau, wir müssen wieder so eine Fischproduktions... Reihe, Kette bauen. Und da könnten wir auch noch Häuser hinbringen. Das heißt... Bester Platz wäre jetzt hier erst einmal. Sehr gut. Plus eins, wow. Und wir können jetzt mal kurz direkt schauen, wie viel... Wie lange wir noch brauchen. 1.300. Ja, 1.300. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Und ich sage tschö mit Ö. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und schaltet einfach wieder ein. Wenn ihr sehen wollt, wie einfach mal so eine perfekte Anno-Welt aussehen soll. Äh, klar. Wir haben hier ein bisschen Kraut und Rüben gebaut. Aber wie gesagt, mit den komischen Sachen hier ist das auch klar. Weil sonst... Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ist ein bisschen kurios. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und bis dahin. Haut rein. Euer Morax. Ich hoffe, es hat euch gefallen.